Ein Hallihallo an euch alle da draußen, die gerade mir dieses Video anhören von mir. Hallo erstmal. Also wenn ich mich mal kurz vorstellen darf, ich bin der Norm H, komme aus NAB, bin 25 Jahre alt, bin immer gut drauf und verrückt natürlich auch noch nebenbei. Und unternehme sehr viel mit meinen besten Freunden und mache nebenbei Musik. Musik privat auflegen, als werdender DJ. Und jetzt, um auf den Punkt zu kommen, ist, dass das Jahr jetzt auch schon fast wieder rum ist. Und jetzt habe ich für euch eine Rumfrage gestartet, für euch in diesem Video. Weil ich möchte sehr gerne wissen, wie gefällt euch mein YouTube-Kanal und die ganzen Videos rundherum, die ich heute alle für euch, für jeden was etwas hochgeladen habe, in YouTube auf meiner Seite. Und ihr dürft mir gerne ein paar Anregungen, ein paar Fragen, sehr gerne stellen oder auch schreiben. Wie ihr möchtet, weil mir macht Musik-Mixen richtig Spaß am PC und meinem Besprit, wofür ich sehr lange gearbeitet habe, um mir mein eigenes Besprit zu kaufen. Aber damit ist mein Ziel, lange nicht zu Ende und auch nie, noch nicht erreicht. Weil ich habe sehr viel, wie ihr gehört, ich habe sehr viel Spaß daran und habe leider wenig Kontakte zu richtigen DJs und würde mich damit daher sehr, sehr, sehr freuen, Wenn ihr mir helfen würdet, mit ein paar Tipps und ein paar Anregungen, die ihr mir auch schreiben würdet, unter diesem Link, den ich unten für euch gleich einrichten werde, also den ihr gleich sehen werdet, mit mir schreiben würdet und am PS, ich wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Tag und eine gute Zusammenarbeit mit mir. Und für die anderen wünsche ich euch noch weiterhin eine sehr gute Unterhaltung und liebe Grüße, euer Noami.